Und ihr seht einfach, wie schnell ich jetzt über die ganze Map hustlen kann. Und ich kann das echt permanent machen. Der Image ist mir richtig schnell unterwegs. Es ist zu geil, Leute. Und wie schnell man kann auch die ganzen Berge uns weiterholen. Ja, ihr wasserlose Leute. Hier ist wieder der Benni und der Haubner von D.I.Badys. Zu einem neuen Fortnite-Video. Und wir zeigen euch heute einen mega geilen Trick, wie ihr 50% schneller laufen könnt. Und Leute, im Shop gibt es ein paar richtig geile E-Times. Die Rote Ritterin ist am Start dieser Skin. Hypernova, auch mega geil. Und der Skin Riot, auch mega geil. Ich weiß gar nicht, was ich zocken soll. Ich werde auf jeden Fall einmal alle kaufen, ihr wisst Bescheid. Wer Bock hat, kann uns natürlich auch unterstützen mit dem Supporter-Creator-Code-Haubner. Ihr wisst Bescheid, kennt ihr alle. Und ja, ich glaube, ich zocke mit dem Hypernova-Skin. Aber ich muss sagen, finde ich echt alle bombastisch. Und ein Helikopter ist auch am Start. Also Leute, ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt den ganzen Trick und jumpen in eine Runde. Also let's go! Oh Leute, der Helikopter macht der Film von Bock. Also das gefällt mir irgendwie was Besonderes. Mal was ganzes Neues. Ganz nice. So Leute, wir sind im Spielmodus Hochexplosiv am Start. Weil wir da das Ganze ein bisschen witzig ausnutzen können. Und ja, auf jeden Fall Leute, wir zeigen euch jetzt den Trick. Ich habe kurz ein paar Ressourcen gefarmt und ein bisschen Zeug für das Endgame. Auf jeden Fall. Wir sind auf der Eisfläche hier unten, wo Greasy Groove war. Und jetzt Leute, machen wir einfach ein Emote, das unendlich lang dauert. Und das ist eigentlich richtig krass. Ihr seht ja, wir haben ja die Eisfüße jetzt am Start. Das heißt, man ist einfach schneller, als man sonst wäre, wenn man laufen würde. Und das ist der Trick, Leute. Wir haben permanent die Eisfüße. Und ihr seht einfach, wie schnell ich jetzt über die ganze Map husteln kann. Und ich kann das echt permanent machen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich eine der schnellsten Möglichkeiten, um über die gesamte Fortnite-Map zu laufen. Wir gucken jetzt auch mal ganz kurz auf dazu. Da ist es da hinten noch am Start. Warte, ich komme. Und das Ding ist, die Eisfüße, die wir hier haben, sind komplett anders als die normalen Gefrierfallen-Eisfüße. Oh ja. Da ist es richtig schnell unterwegs. Es ist zu geil, Leute. Und wie schnell, man kann auch die ganzen Berge und so weiter hochgehen. Nur muss da aufpassen, dass man nicht am Fallen ist, weil dann geht das Ganze weg. Und wir gucken jetzt mal, dass wir da ein bisschen reingehen in die Action. Da vorne enthülltet. Wir sind so schnell. Wie sollen uns die Gegner treffen? Wisst ihr, was ich meine? Wir können ja auch ganz schillig hoch, Leute. Guckt mal. Oder auch nicht. Warte. Oder auch nicht. Grüne vielleicht hier kann es klappen. Hey, was? Ich habe Raketenwerfen in der Hand und es geht um. Jetzt ist es weg. Okay. Ich bin bei den Gegnern da oben. Die werdet so doof gucken. Bruder, nein. Was mache ich denn? Ich bin so idiot. Nein. Wirst du es auch gefehlt? Ja, ich habe auch gefehlt. So, Leute. Wir müssen nochmal ganz kurz zurück. So, Leute. Wir starten wieder. Wir sind auf der Eisfläche. Eisfüße am Start. Infinity-Deb wird ausgeführt. Und jetzt geht es wieder zu den Gegnern. Diesmal musst du ein bisschen mehr aufpassen. Wie schnell war ich auf einmal? Ich konnte nicht mehr kontrollieren. Dann bin ich direkt vom Berg runtergefallen. Das war das, was ich auch gemeint habe. Da müsst ihr aufpassen. Aber wenn ihr hier so einfach jetzt... Wir hast jetzt einfach mal mitten unten durchteltet, weil da kann doch nichts passieren. Da können wir nirgends runterfallen. Und von dem her werden die Gegner, falls da noch welche am Start sind. Nein, ist das dein... Ich bin dein Miet... Ey, Digga. So, Leute. Jetzt aber. Wir haben jetzt die... Oder warum geht das hier weg? Ist das bei dir auch? Ne. Du bist wahrscheinlich irgendwo... Ich bin ja nicht hältet drinnen jetzt damit. Digga. Was? Das war das Hund. Park jetzt auf einmal, Leute. Okay. Komisch, komisch. Noch mal holen. Noch mal. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Nein. Ich bin tot. Ich kläre die Runde Solo, Leute. Adi. Ich meine, Infinity Tap, Ultraspeed. Was wollen die Gegner eigentlich dagegen tun? So, ich chill jetzt hier mal ein bisschen. Nicht, dass ich wieder irgendwo rumjumpe. Ja, du musst wirklich auf jeden Millimeter aufpassen. Oh Gott. Ja, so schützt. Ich höre irgendwo Gegner hier hinten. Ja. Soll ich nochmal vorbeikruisen? Oh, nein, nein, nein. Nein, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Direkt Termine bekommen. Geil. Leute, das ist eigentlich jetzt das perfekte Beispiel, wie gut das funktioniert. Holy shit. Wie ich einfach weglaufen kann, ich kann gar nichts dagegen tun. Nice, Mann. Das ist anders geil, Leute. Okay. Oh, Risky immer über den Randstein. Ich habe so Angst jetzt. Wo gehe ich hin? Ich muss wieder zurück da raus, wo ich reingekommen bin. Ja. Ich hoffe, die warten jetzt nicht. Wo sind sie? Okay, alles gut. Nein! Bruder, das war schon ein Ministep. Okay, wir machen jetzt kurz Action, Leute. Oder du fliegst nochmal hin. Soll ich nochmal hinfliegen? Okay, komm. Ja, komm, flieg nochmal hin. Wir riskieren es nochmal, Leute. Wo ist los? Direkt ein paar Termine. Aber wir haben so ein Speed, Leute. Ich glaube, das schaffen wir. Reinfliegen einfach und dann bist du früh genug dort. Das passt. So. Hallo, Kleidung redeployst. Oh mein Gott. Das geht über Bandage zuerst. Bandage. Wie schnell war das weg, Mann? Das fail. Ey, Mann. Das ist so lächerlich. Okay. Letzte Bandage. Jetzt raus. Okay. Auf geht's. Ja, das geht sich easy aus. Oh Gott. Ey, was ein Fail. Bandage einfach auf dem Eis dann nochmal kurz. Ja. Dann kannst du ja easy Bandage. Also. So, Infinity Tap, Leute. Und jetzt rein in die Zone. Schnell. Ich hoffe, ich schaffe es wirklich, Mann. War ein bisschen risky, dass du es so früh eingesetzt hast. Ja. Komm. Schneller. Nein. Ja, ich hab's. Jetzt so. Achtung, langsam. Chillig. Alles gut, Leute. 13 Gegner leben noch. Bleiben noch ein bisschen raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin zwar schnell unterwegs. So, was macht der Typ? Da oben jetzt. Was soll ich tun? Und dem Flussbett sind auch Gegner. Ich hab 9 HP. Geh hoch da die Treppe. Und dann kannst du links. Oh, shit. Das war's komplett mit der Treppe hochgehen. Komm, da kann ich nicht hin. Ich muss das hier riskieren. Ich muss es riskieren. Geh über Shifty rein zuerst, oder? Komm. Nein. Nein. Oh, warte. Das ging schnell. Okay, Leute. Nach der Runde. Auf geht's. So, Leute. Wir sind in der nächsten Runde am Start. Haben hat gemeint. Der hat einen Lama gefunden. Und der droppt. Ein bisschen was raus. Ähm. Ja. Ich hab gerade so gedacht. Ähm. Okay. Das droppt alles da raus. Oh, shit. Das sind 300 Raketenschuss oder mehr. Ähm. Ich geh mir mal. Schon krank auf jeden Fall. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Nimm mal. Ich hab auch schon Maximum mit. Okay. Also so ein Lama in dem Modus macht auf jeden Fall Bock. Ja, also wenn da jemand hinkommt und die Munition findet, dann ist es aber Game Over. Das sind, glaube ich, 200 oder 300 Schuss einfach. Richtig krank. So, Leute. Wir haben jetzt eine andere Posi am Start. Irgendwer ballert schon auf uns. Ich fahr jetzt mal ganz knapp an ihm vorbei, obwohl... Oh mein Gott, Digga. Das ist risky. Wuhu. Bruder. Es ist echt risky. Oh mein Gott, man kann aber weiterfahren. Das ist richtig geil. Let's go. Ich hab mich einfach getroffen. Juckt mich halt gar nicht. Muss. Lol. Du läufst was gegen ihn. Nein, ich bin zufrieden. Nein. Ja. Ich hab einfach zu viel riskiert. Das war's komplett. Finisht der? Ja, der finisht. Er hat sich, glaube ich, selbst gehittet. Er. Oh, Mann. Ich hab den anderen auch. Nice. So, Leute. Nächste Runde am Start. Wir haben die geilste Zone, die möglich ist. Wir sind direkt hier bei Greasy. Wir sind umzingelt von Gegend. Achtung. Von oben schießt er auf dich. Oh ja. Voll am Peak. Wir sind wirklich mitten auf der Eisfläche am Rumhasseln. Und hier sind überall Gegner. Mal gucken. Also jetzt haben wir echt gute Chancen. Zehn Stück leben noch. Und die nächste Zone wieder am Eis. Ja. Let's go. Komm, Bruder. Wollen wir mal los? So. Ich kann das zum Glück immer instant einsetzen. Mal gucken. Oh mein Gott. Der Schuss kommt auch direkt auf mich geflogen. Aber man kann halt ausweichen. Ganz einfach. Ihr seht's, Leute. Der ist außerhalb der Zone. Was macht der denn hier? So. Ich werde mir jetzt noch ein paar Gegner snacken. Oh Gott. Ey, fünf Gegner noch kommen, aber wir könnten das packen. Okay. Auf einmal neben dir. Klar, neben dir. Oh, nice. Mal gucken, was er am Spaß hatte. Ja, die Raketen davon. Über uns. Oh mein Gott, das war so knapp. Der chillt da oben, man. Der hat echte, gute Pose, man. Achtung, Zone. Da oben hängt er auf der Sibland. Wie unfair ist das denn? Warte. Direct Impact. Niemals drehst du den. Achtung, was ist schwer. Der Typ. Oh, er ist runde. Ich hätte ihn getroffen. Oh mein Gott. Digga, was geht hier ab? Oh, ich habe den oben getötet, glaube ich. Oh, nee. Nein. Oh Gott, der hat so gut getroffen. Kannst du mich wieder bitte? Ja, ich gehe gerade hin zu dem. Musst du dich auf jeden Fall holen. Keine Chance. Lauf weg, lass den. Okay. Versuche ich die Runde zu holen. Drei Gegner noch. Er geht auf den Finish, alles gut, macht nichts. Okay, er hat mich bekommen. Er hat auf jeden Fall 200 Leben, Leute. Mal gucken. Zwei Gegner noch. Ja, ja, die kämpfen gegeneinander. Eins gegen eins gegen eins. Oh Gott, das war so free for all. Lass mal zugucken. Okay, Leute, ihr seht, wir haben den Speed am Start. Den haben die gleich nicht mehr. Ja, Mann. Und die Zone macht Stress bei denen. Geh noch weiter hoch da. Ja. Die nächste Zone ist belastend. Das war's. Was ballast du auf mich, Kollege? Schießen. Oh Gott. Komm, versteck dich da hinter dem Hügel. Egal. Komm, wir sind so weit ins Finale gekommen. Vielleicht töten sich die jetzt noch und dann kannst du den letzten holen. Wie weit schaffst du das? Zehnertipp. Nee, das schaffe ich nicht. Ja, ich. Okay, der letzte. Ja, okay. Eins gegen eins, Leute. Wir sind so weit gekommen. So, mal gucken, ob du den jetzt holen kannst. Ich weiß auch nicht. Also, wir wissen nicht, ob der jetzt einen Hit bekommen hat oder so. Okay. Ah, jetzt spannend. Ah, es war so krass. Was? Das hat mich getroffen? Oh Gott. Das war leicht lächerlich. Das war leicht lächerlich, Mann. Oh Gott. Wie? Aber man muss sagen, 13 Kills sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Das war leicht. Ja. Ja. Haha. Loid. Finish einen anderen Glücksleben. Ja. Oh, let's go. Easy. Ja, ja. Das ist auch mit Jumping. Hey. Oh Gott. Okay. Das sind die letzten zwei. Ja, Mann. Du musst jetzt aufpassen. Nice, der geht auf den da vorne. Nee. Absoluter Highshot. Und der andere fliegt raus. Da ist er außerhalb der Zone fast. Nein. Der war fast gestorben. Das ist der Tryhard. Oder? Das ist der zweite Tryhard. Nice. Oh Mann. Was macht er jetzt? Oh, ein Berg. Ich habe halt nichts mehr nachgeladen. Ja, lad mir alles gechillt nach. Das ist wieder nicht nachgeladen. Achtung. Das ist so der Highshot. Ja. Da ist der Win, Mann. Ja, also der Highshot in dem Modus ist auf jeden Fall wichtig. Ja, Leute. Ich würde sagen, hat Bock gemacht. Wir haben noch einen guten Win rausgeholt. Und wir haben euch den Trick gezeigt, wie ihr schneller laufen könnt. Funktioniert natürlich in jedem Modus. Könnt ihr ausprobieren. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.